Es ist wieder Unboxing-Zeit. Ja, ich habe heute zwei Messe-Neuheiten von Cosmos. Und zwar einmal Tari, die Bonusbox, mit einer Erweiterung, dass man es auch Solo spielen kann. Da bin ich sehr interessiert, weil ihr wisst ja, ich spiele ab und zu auch mal Solo im Solo-Stream. Und da ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich mit euch spielen möchte. Ja, und das andere ist ein Stichspiel für drei bis fünf Spieler. Und der ein oder andere weiß ja, wir spielen gerne Stichspiele. Deswegen wollten wir uns das ein bisschen genauer angucken. Und ich packe das heute mit euch aus. Hallo, hier ist Tanja von die Houses und ich habe natürlich die Familie Enterich auch dabei. Ja, und zwei Neuheiten von Cosmos. Einmal die Erweiterung, das ist hier Tari, die Bonusbox in der gleichen Schachtelgröße wie Tari selbst. Man ist ja so ein Erkennungsmerkmal, kann man sagen. Passt nebeneinander in den Schrank, wenn man es halt nicht zusammen in einer Kiste packt. Und das packe ich zuerst mit euch aus. Einmal von vorne, von hinten zu sehen. Und ja, da ist das Solo-Modus dabei. Ab zwölf Jahre für ein bis zwei Personen diesmal. Und ja, 60 Minuten Spieldauer. Und da schauen wir jetzt einmal zusammen rein. Einmal den Deckel ab. So, einmal hier in einer Butterbrot-Papierfolie. Also finde ich im Moment sehr gut. Das haben jetzt mittlerweile einige, dass sie halt ihre Materialien in Butterbrot-Papier packen. Und hier haben wir jetzt diverse Karten, die man halt schon von Tagi kennt. So Auftragskarten oder Erweiterungskarten. Ja, ich bin mal total gespannt, was das alles ist. Hier haben wir Ressourcenkarten. Ich bin mal gespannt, was das alles bedeutet. Ich weiß das natürlich noch nicht. Muss mich da erst reinlesen. Hier haben wir irgendwelche Zahlenkarten. Bin ich auch mal gespannt. Und hier haben wir natürlich wieder Wanderdünen. Normandiekarten. Ne, Nomadenkarten, nicht Nomadiekarten. Normadenkarten. Ja, also die Karten sehen schon sehr interessant aus. Und als nächstes haben wir hier, da unten ist die Anleitung. Das ist ja auch immer sehr interessant. Wie viele Seiten haben wir? Nicht viele. Das sind natürlich die Karten erklärt. Und natürlich, ja, hinten ist auch nochmal so das eine oder andere erklärt. Ist nicht viel. Ist schnell durchzulesen. Also ich bin sehr gespannt. Und hier haben wir dann noch neue Holzfiguren dazu. Schauen wir nochmal. Einmal, ja, das sind bestimmt dann die Ressourcen, denke ich mal. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und werde da euch davon natürlich berichten. Ja, das Zweite, was ich hier neu stehen habe. Ups. Schmeiße ich schon den Karton hier runter. Ist aber nichts passiert. Hui, ui, ui. Das Zweite, was ich hier stehen habe, ist jetzt, ja, das Stichspiel. Auch hier mache ich erstmal die Folie ab. Und das ist ab 10 Jahre, ja, soll 20 Minuten gehen. Und da gibt es auch eine Zweispieler-Variante bei. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert. Und, ja, hier haben wir es von vorne. Ja, von der Seite zeige ich es euch auch. Natürlich. Alles in diesem geheimnisvollen Agenten-Design, sage ich mal. So sieht es ja von vorne. Und, ja, von hinten haben wir es da. Und dann schauen wir mal rein. Ja, da sind natürlich auch diverse Karten drin. Einmal natürlich, das kann auch mal zur Seite. Dann kann ich den Karton hierhin stellen. Bisschen aufräumen hier. Und, ja, hier haben wir die Anleitung. Die haben wir 15 Seiten. 15 Seiten. Und, ja, wie ihr seht, alles schön bebildert erklärt auch ein bisschen. Oder sind das die Karten, die erklärt sind? Und, ja, da unten hinten haben wir noch die Zwei-Personen-Regel. Also, ich bin sehr gespannt. Jetzt gucke ich mir aber erst mal das Material weiter mit euch an. Und, ja, hier haben wir Stanzteile. Da haben wir, ähm, ups, ach, okay, muss ich so aufmachen. Ganz viele Koffer. Und einmal so einen Agenten da. Oder was auch immer das ist. Der Böse, der Agent, ich weiß es nicht. Ganz genau. Ja, es ist aber, ach, es ist eine Standfigur, ist das. Sehe ich gerade. Den setzt man zusammen. Aha, okay. Dann ist das, vielleicht ist es der Startspieler-Marker. Ich weiß es nicht. Ich muss mal nachschauen. Und hier haben wir dann, wie gesagt, kleine Koffer. Diverse. Was die bedeuten, weiß ich natürlich auch noch nicht. Hier haben wir dann zwei Packen Karten. Die sind natürlich auch nicht in Folie. Also, man muss sagen, das habe ich jetzt bei dem einen oder anderen Spiel schon gemerkt, dass immer weniger Folie benutzt wird. Hier haben wir auch wieder so ein Papier, was man nehmen kann. Finde ich sehr praktisch. Und, ja, hier haben wir jetzt verschiedene Karten, wo dann halt verschiedene, im gleichen Design, wie das Cover sagt, sage ich mal, haben wir dann verschiedene Karten. In Gelb, Grün, Gelb, äh, in Blau, Grün, Gelb, so war das. Okay, dann kommt Pink mit Zahlen drauf, Brillen drauf. Statt Brillen gibt es ja auch welche mit Hut oder Handy drauf. Aber so ein altbackenes Handy, man es von früher kennt. Hier haben wir dann welche, ja, mit Stiften drauf in Pink. Und dann irgendwelche Missionskarten. Okay. Die Missionskarten will ich mir jetzt gar nicht weiter durchgucken. Ja, gut, das sind alles Missionskarten. Ähm, und das sind dann die Agentenkarten. Okay, Agentenkarten. Und Blankokarten. Und dann haben wir noch sowas dabei. Vielleicht ist das das Wertungssystem. Ich weiß es nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall in Ruhe anschauen. Und ja, die Regeln wird natürlich wie immer Thorsten eher lernen. Vielleicht aber auch ich. Und bis dahin sage ich Tschüss, die Hausis, Tanja. Und bei mir endere ich Tschüss.